So, meine lieben Freunde, wir machen uns jetzt auf, Sledge zu töten. Mal gucken, wie das alles so wird. So, wir rüsten jetzt erst mal unser Sniper wieder hier aus. Ich glaube sogar, dass ich diesen Leitniger Wolfer gerne da haben möchte. Hängt doch gut an. Ja, es ist wirklich sinnvoll, dass wir jetzt gelevelt haben und uns vorbereitet haben, dass wir halt auch Level 18 sind. Weil es ist ja nun mal... Also, die hatten wirklich... Wo sind die denn? Komm schon. Da ist ja auch noch einer. Das ist ja schon wieder dieselben. Sehr gruselig. Ich verballere hier auch echt viel Zeugs. Zeugs. 36x12, die sogar besser ist, die wir uns... das jetzt mal gekauft haben. Das ist ja heftig. 36x12, ey. Mal gucken. Wie soll es jetzt hier reingehen? Ach, da. Oh, Messer. Wo ist denn dieser kleine Knirps da? Sie hat doch gerade eben so einen kleinen Knirps gehört, oder nicht? Knirpsi. Also, das ist... Da ist er ja. Und weg ist er. Man sieht... Man sieht... ...die einzelnen... ...Knochen... ...Stücke. Gut. Okay. Also, ihr seht ja jetzt schon, dass ich das mit den Kisten gar nicht so extrem mache. Aber wahrscheinlich verleere ich natürlich auch ein bisschen potenzielles Gold, aber es ist mir relativ egal. Aber ich habe auch keine Lust, habe jede Map auf 10.000 Kisten abzusuchen, weil ihr seht ja, wie viel es da gibt. Treib ich auch mal kritisch, bitte. Was ist denn das für ein Ding? Was ist denn das bitte schon für ein Mörderteil? Das ist ja so eine automatische MG. Hat auf jeden Fall gut geklappt. Das ist ja so. Ciao. schulden dass ich jetzt nicht mehr so angreife aber sind halt EP die ich jetzt noch mitnehmen möchte auch kommen ganz hier hier ist es auch kurzfristig das ist diese elementar waffen was ich in dies auch weiter geht's das ist wirklich da oben irgendwo drin das gefällt dir nicht? das gefällt dir nicht? das gefällt dir nicht so 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 der hat eine hohe Feuerrate, die Sniper, macht guten Schaden wie ihr seht ein Kopfschuss na komm hier ist der Kopfschuss die die überleben nie wirklich lange wohin muss ich denn jetzt das das muss ich hier runter das muss ich hier runter oder was gut alter alter krass also das heißt man kann sich jetzt hier unten noch durch die ganzen Typen ballern oder hat die Möglichkeit hier eine ziemlich krasse Abkürzung zu nehmen so wie es aussieht ja und ich würde sagen dadurch dass wir jetzt das Level ganz gut eingeholt haben die 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 schreif das die 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 zu nehmen na komm ja schuldig du mit einer überbewerteten Munition so Ich glaube, wir gehen nochmal zurück und machen dieses eine Level jetzt noch fertig. Damit ich ihn ausrüsten kann, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich den gegen Sledge brauche. Dann hoffen wir mal, dass das von der Erfahrung, die wir jetzt da nochmal bekommen, reicht. Ich gucke jetzt gar nichts auf den Balken. Alter, bist ich. Ich glaube, es wird leider nicht reichen, um Level abzukommen. Der hat jetzt 800 gegeben und die anderen gehen halt nur so 140. Okay, ich will jetzt noch nicht zu weit zurückgehen, aber ich glaube, das war es auch schon. Hier sind noch zwei. Wir löschen einfach alles aus, was er hinterlassen hat. Okay, nee. Ich glaube, mehr ist es nicht. Weil hier sind wir ja quasi rausgekommen. Also wir halten bis weiter vorne. Hier. Oh. Hallo. Gut. Fürs Level ab hat es leider nicht mehr gereicht, aber ein bisschen Erfahrung haben wir nochmal. Wieso habe ich das aufgesammelt? Das wäre Munition. Okay. Munition. So, ich glaube, in diesem Kampf... Ich glaube, dieses Schild... Ding ist ganz gut. Ich glaube nämlich, dass sie gleich sagt, dass er ein mächtiges Schild hat. Und das ist sowieso gut. Okay. Okay. Äh, mein Leben noch nicht. Ich habe aber auch schon einen richtigen Arzt, wenn er meine Apparate mit ihren guten Heimlich-Nabeln hat. Ah, 51, äh... Geld haben wir jetzt noch übrig. Gut. 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 Also... Schick geschwächt und jetzt möchte ich hier zermatschen, oder was? Wie sieht es hier aus, wenn sie normaler Blut nimmt, wenn sie zu arschen? Ich guck mal, ob's denn jetzt haltbar geht. Dann sagen, Kopfschießen ist nicht. Weil der ja keine Schwachstellen hat. Okay. Erste Versuch. Also diese Typen machen mir mehr Angst als diese Sledge. Okay. Er läuft in der Aufgangsplan. Ich würde einfach weiter mit dem Revolver drauf schießen. Scheiß drauf. Und immer wieder mein Flügelchen losschicken. Okay. 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 Also. Hier ist es zu werden. Das ist zu sein. Dies wird noch weiter. Jetzt. Das ist wieder ein. Das ist zu sein. Das ist ein. Ja. was ist er denn? wo habe ich den jetzt getroffen? ich muss ihn mal warten bis er nachgeladen hat er hat nämlich nur zwei Schuss so hat er nicht noch so eine Liederne? ist sie da echt jetzt runtergefallen? der Typ hatte doch eine Liederne Waffe oder? egal ist er halt nun mal so hat er gut geklappt ich sag dir ja, die Kammer existiert in dieser Zeit und an diesem Ort was du in Händen hältst ist der Schlüssel zur Kammer und ist ein Teil davon alles klar jetzt brauche ich einen Rocket Launcher auch nicht mehr gut gibt es nicht mehr so eine Abkürzung oder sowas? hier spricht ihr spricht von Madre Steve von der Atlas Corporation die Kompagnie 3. Starbomb Brigade ich hole mir Ihre Anrufe auf und Ihre Suche nach der Kammer informiert und darüber, dass Sie umgehend begonnen haben die Anlangischen zu töten dieser Planet untersteht der Atlas Corporation hier kann ich immer nicht rausspringen ach da kann ich raus wie peinlich peinlich die 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 Na, da können wir uns doch schon verabschieden. So, dann hole ich jetzt noch mal ein Catch-a-Ride und kehre dahin zurück, nach Fire-Stone. Das hört mir auf, ich verwende das ganz selten, dieses Turbo-Zeug, obwohl es eigentlich relativ viel Sinn macht. Dann geben wir jetzt die Quest noch ab. Jetzt haben wir endlich Sledge getötet. Darauf trinke ich. Du hast Nine Toes und Sledge erledigt. Du wirst langsam richtig berühmt. Ich hab Pierce schon beklebt. Sie soll dir eine Einreisegenehmigung nach Darl Headland erteilen. Du solltest jetzt nach New Haven reisen können. Okay. Ich mach nicht gern Komplimente, aber das war's. Schlacht um die Badlands. Ich glaube es nicht. Du hast Sledge wirklich... Warte mal, ich lese es gleich vor. Ich glaube es nicht. Du hast Sledge wirklich erledigt. Ich werde Helena in Kenntnis setzen. Wenn sie deine Geschichte hört, gibt sie dir sicher die Erlaubnis, Darl Headlands zu betreten. Cool. Hier, was ist das denn? Überlebenskünstler Classmod. Oh, guck. Abreise aus Firestone. Das werden wir aber... Oh, du hast einen Classmod erhalten. Classmods sind spezielle Gegenstände, die eine große Bandbreite an Charakterstatistiken positiv beeinflussen können. Dann machen wir hier mal Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer und bis denn.